Um das Feierabendprogramm kümmern wir uns natürlich jetzt. 18 Uhr, hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Und was der so gebracht hat und auch noch bringen wird, darum geht es in den nächsten anderthalb Stunden. Musikalisch weiter. Genau, Andrea, und du bist auch herzlich eingeladen mitzumachen. Wir wollen jetzt nämlich alle schön entspannen mit Klaviermusik. Die gibt es nämlich morgen in Berlin. Haben Sie mal gezählt, wie viele Tasten so ein Piano hat? Also natürlich kann man das nicht wissen. Es sind genau 88 und deshalb findet seit 2015 immer am 88. Tag des Jahres der Weltklaviertag statt. Erfunden hat das Ganze übrigens der berühmte Berliner Pianist Nils Fram. Und deshalb wird dann morgen wahrscheinlich noch ein bisschen leidenschaftlicher in die Tasten gehauen. Das hätte unser Autor Rainer Unruh wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er heute noch mal Unkraut essen wird. Aber wer mehr gelernt, kann ja richtig gesund sein. So, und jetzt wollen wir noch einen anderen, ganz besonderen Ort ehren. Und dafür können Sie sich sogar nackig machen. Also Sie müssen es nicht, aber ich warne Sie schon mal, angezogen fallen Sie dort wirklich ein bisschen auf. Es geht in die Sauna, denn die finnische Sauna, die zählt nun zum immateriellen Kulturerbe, ganz offiziell von der UNESCO anerkannt. Ich wette, Sie waren bestimmt alle schon mal in der Sauna. Aber die Frage ist doch, was machen die Finnen eigentlich beim Saunieren anders als wir? Eine Ausstellung in den nordischen Botschaften in Berlin-Tiergärten, die zeigt das. Ja, man, stellen Sie sich mal vor, jemand würde eine Wurst bei uns in der Sauna grillen. Also toll, alles ein bisschen lockerer in der finnischen Sauna. Davon schneiden wir uns jetzt einfach mal eine Scheibe ab und gehen locker in die nächste halbe Stunde, denn das wartet noch auf Sie. Ja, und heute gab es ausnahmsweise mal nichts zu meckern, wettertechnisch zumindest. Warm und sonnig war es, das brauchen wir doch jetzt alle. Die Frage ist, wie wird es in den nächsten Tagen aussehen? Und das verrät uns heute Sven Plöger. Das alles gibt es bei uns zu erleben in der Region. Wir haben aber noch mehr, denn das Osterwochenende steht ja mit knaller Wetter vor der Tür. Und unser Vorschlag, eine Safari vor den Toren Berlins. Direkt an der B5, da liegt die Döberitzer Heide. Und seit Mitte März hat dort das neue Naturerlebniszentrum der Heinz-Sielmann-Stiftung geöffnet. So nah kommt man sonst eigentlich nicht an wilde Tiere, würde ich sagen. Vielen Dank.